Musik Ich bin Kurt-Syprian-Hörmann. Ich habe die Methode MFL-Morphisches Feldlesen entwickelt. Die Grundlage für meine Methode sind die wissenschaftlichen Ergebnisse des Entwicklungsbiologen Robert Sheldrake. Eines seiner bekanntesten Beispiele, und es ist eines von vielen, die er in seinen Büchern beschreibt, ist, dass er in Indien zum Thema Pflanzenschutz eine Feldstudie macht. Und während dieses Feldversuchs kommt ein Heuschreckenschwarm. Dabei stellt er fest, dass eine Pflanzenart einen Stoff ausschüttet, damit sie nicht gefressen wird. Einerseits die Ursache, die Heuschrecken, auf der anderen Seite die Wirkung der Pflanzen, die sie schützen wollen. Nur hat er dann festgestellt, dass kilometerweit entfernt die gleichen Pflanzenarten auch diesen Stoff ausschütteten, ohne dass es eine Ursache gab. Es gab keine Heuschrecken. So entdeckte Robert Sheldrake, dass es noch was anderes geben muss, in dem Informationen weitergegeben werden oder abrufbar sind. Seiner Theorie nach sind es die morphischen Felder. Was ist eigentlich MFL, morphisches Feldlesen? Eine Methode, um ungefiltert an mehr Informationen zu kommen, gleichgültig zu welchen Fragen des Lebens oder Themen. Man kann es sich vorstellen wie eine überdimensionale Datenbank, mit der wir alle verbunden sind. Jeder Gedanke, jedes gesprochene Wort, alles befindet sich im morphischen Feld. Und in vielen Ländern, Kulturen und Religionen, wie zum Beispiel im tibetischen Buddhismus oder bei schamanischen Reisen, ist es noch selbstverständlich, damit zu arbeiten. Wir hier in unserer westlichen Kultur kennen es als Bauchgefühl, Instinkt, siebter Sinn oder auch Intuition. Was passiert eigentlich beim Lesen im morphischen Feld? Zuallererst muss ich mich natürlich mit dem Feld verbinden. Das heißt, in Form einer meditativen Technik verbinde ich mit dem Feld, um dann meine Fragen stellen zu können. Antworten kommen in sehr unterschiedlicher Form. Bei dem einen Leser kommen sie mehr in Bildern, schwarz-weiß, in Farbe, manchmal wie kleine Trailer. Und beim anderen sind es Worte oder Wissen. Der weiß einfach, was die Antwort ist, wie der andere fühlen oder sie sehen. Farben. Das Wichtige dabei ist, egal welche Antwort kommt, auch diese muss immer hinterfragt werden nach der genauen Bedeutung. Gleichgültig, welche Fragen ich stelle, das Feld antwortet grundsätzlich nur auf die gestellte Frage. Nie auf eine Absicht, die vielleicht dahinter liegt. Und genauso einfach, wie ich das Lesen im morphischen Feld gerade beschrieben habe, funktioniert es auch. Es kann jeder lernen. Kennen Sie Lesen light? Die praktische Methode, wie Sie aus dem Bauch heraus das Richtige tun, die richtige Entscheidung treffen, wenn es um zwei Dinge geht. Zum Beispiel am Morgen, wenn Sie nicht wissen, was Sie anziehen sollen. Das hellblaue oder das rosafarbene Hemd. Nehmen Sie es einfach virtuell oder auch richtig in die Hand. Was aber ganz entscheidend ist, dass Sie fühlen dabei. Fühlen bedeutet, dass Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit komplett in Ihre Hände gehen. Und dann werden Sie merken, wie ganz plötzlich eine Hand nach unten geht. Und somit haben Sie Ihre Entscheidung. So einfach ist Lesen light. Lesen im morphischen Feld ist weit mehr als nur eine Methode, um Informationen ungefiltert aus dem morphischen Feld zu erhalten. Wenn Sie das Lesen im morphischen Feld für sich anwenden, gleichgültig, ob Sie für sich oder für jemand anderes lesen, beginnen Sie wieder, Ihrer Wahrnehmung zu trauen. Denn wenn Sie das Lesen anwenden, müssen Sie die Dinge so aussprechen, wie sie aus dem Feld kommen, ohne zu denken. Und das ist schon eine der Herausforderungen beim Lesen im morphischen Feld, weil jeder von uns kennt den Satz, denk bevor du sprichst. Genau so, wie wir die Dinge wahrnehmen, so wie die Impulse, diese leisen Impulse, die wir alle jeden Moment haben, genau das ist die Wahrheit. Nur wir Menschen im Westen haben halt leider durch all unsere Ängste und Konditionierungen und Glaubenssätze und Muster diesen Zugang verloren. Und deswegen braucht es diese Methode, damit man wieder Zugang findet zu sich, zu seinem Bauchgefühl, zu seiner Intuition, zu seinem siebten Sinn, wie man es immer nennen will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020